Hey Freunde, kommen wir zum My Hero Academia Auftrag, rette Dummies aus dem Wasser. Insgesamt müssen wir da sechs Stück retten. Wie ihr hier auf der Karte seht, sind alle gut markiert. Wir fangen dazu hier links auf der Map einfach an, in der Bucht. Dort begeben wir uns kurz hin. So, wie ihr hier seht, ist hier ein weißes Ausrufezeichen, gar nichts übersehen. Kurz interagieren, zack, damit hätten wir eins von sechs. Den zweiten Dummy finden wir dann hier rechts von The Citadel. So, wieder gut markiert hier, kurz interagieren, zack, damit hätten wir zwei von sechs. Den dritten finden wir hier mittig beim See. Auch wieder kurz interagieren, zack, damit hätten wir drei von sechs. Den nächsten finden wir hier im Schneegebiet, und zwar hier auf dem gefrorenen See. Kurz interagieren, zack, damit hätten wir vier von sechs. Den fünften finden wir hier unten. So, wieder hier kurz reinspringen, interagieren. Zack, damit hätten wir fünf von sechs. Und den letzten finden wir hier links auf der Map. So, hier rein in den See, kurz interagieren. Zack, und damit hätten wir sechs von sechs. Damit wäre der Auftrag dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020